so hier schlief ich gerade drinnen letzter tag ich verabschieden mich jetzt hier mit dem hotel wow herrscht mir auch ein bisschen heißer an aber so sieht das noch mal von innen aus wollte mal gezeigt haben ja wir sehen es dann gleich auf der gamesco ja unnome brain marvin divine i'm saying bye to all the lies and all the times you cried saying that i wasn't right yet i was right by your side you manipulator playing games your friends commentators and i don't know what you say about our private conversations but it's got them hating things so hard or rumors you be claiming it's cool i'm done with you so they can throw you a celebration you're gonna hate it when you see me with somebody living better i'm trying to tell you that me just doing me gonna have you jealous i know that i gotta stay away from all your games i know that i find somebody else and love me one day you'll realize the grass ain't greener on the other side so now i gotta say goodbye so now i gotta say goodbye so now Musik Musik Was ist gut? Moin Moin Hallo, guten Tag Willkommen im Meet & Meet Bereich Was ist ein bisschen von? 5 Cent, wenn du gleich Also ich glaube es ist sicherheitskritisch Okay ich höre auch mit meinen Vorschlägen, irgendwelche anderen Autogrammen Geber zu belagern Danke Gerne, bis bald Tschö Es gibt manchmal so romantische Blicke in die Leute Das ist ja cool Musik Ich glaube es ist ja auch mit meinen Vorschlägen, irgendwelche anderen Autogrammen Die Gräser sind greener Ich hab die andere Seite No Sie sind mir 20 für die letzte Zeit So now I gotta say goodbye 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 Applaus an die Stimmen, die uns durch den Tag tragen. Ja, es ist soweit. Es ist servierende Begegnung. Wir freuen uns unglaublich auf das erste Team hier auf der Bühne. Deswegen einen großen, großen Applaus für CETA Division! Der erste Match des Tages ist auf der Weg. Bitte, willkommen auf die Stage, die mightige Stated Vision! Und nun ist es an der Zeit, das Team zu begrüßen, welches Safer was fehlt, hoffentlich so schwer wie nur irgendwie möglich machen könnte. Also liebe Leute, give it up for ISK Gaming! Ja! 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 Wir Activion činnat dads durch die Worldz sost, für die World Finals zu qualifizieren. Jeder Spiel muss sitzen. Jeder Spiel muss ein Sieg sein um die notwendigen Punkte für die World Finals zu sammeln. Liebe Leute, es sieht so aus, als wenn unsere Spieler sich hier auf der Bühne eingefunden haben. Wir wollen noch mal eine kleine Abfrage starten. All right, audience I'm gonna easy do something You need to tell us which team you are supporting So who wants Zeta Division to win? Make some noise! Und liebe Leute, vor allem die Asuka Gaming Fans! Das war's für die Game von Zeta Division vs. SK Gaming Back to the casters Oh, da haben wir sie gesehen Beide Teams sehr, sehr konfident Aber es geht schon um einiges Weil keiner wird, glaube ich, jetzt hier ins Loser Bracket runter Oder schon ins Upper Bracket quasi Das war's für die Game von Zeta Division 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 Vielen Dank.